Und damit willkommen zum angekündigten Infovideo bezüglich Dezember. So wie ich mich kenne, habe ich es wahrscheinlich schon tausend und einmal erwähnt, aber im Dezember ist ja einiges los auf dem Kanal. Fangen wir mal an mit dem ersten Thema. Letztes Jahr habe ich ja noch Advent-Videos gemacht, dieses Jahr habe ich Advent-Livestreams geplant. Jeden Advent-Sonntag werde ich nachmittags live sein und ein Spiel spielen. Dieses Spiel ist Super Mario RPG. Es ist blind, das habe ich noch nie gespielt. Habe mir auch noch nicht so wirklich was dazu angeguckt, außer eine Review und einen Part vom Let's Play. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, ich bin live am 3. Dezember. 10. Dezember, 17. Dezember und am 24. Dezember. Am 24. Dezember wird allerdings die Uhrzeit etwas anders sein, weil am 24. ist ja der Heilige Abend und ich habe immer so geplant, Pi mal Daumen, 15 Uhr live zu gehen. Und ja, ich werde da mal schauen, wie ich es am 24. machen werde, weil am 24. ist ja der Heilige Abend. Vielleicht werde ich vormittags streamen, vielleicht werde ich doch nachmittags streamen oder abends, ich weiß es nur nicht. Je nachdem, wie Weihnachten bei mir verläuft. Weil ich habe ja auch Familie, wo ich hin muss und ja, ich möchte ja auch den Heiligen Abend etwas genießen, aber der Stream wird irgendwann stattfinden. Ich weiß nur noch nicht ganz genau wann, wird auf jeden Fall etwas spontaner sein am 24. Das nächste Thema wird auf jeden Fall Advent bzw. Dezember Let's Play sein. Ursprünglich war ja geplant, am 1. Dezember mit Mafia 2 anzufangen. Das geht leider technisch nicht, also habe ich erst überlegt, Sim 2. Das geht leider technisch auch nicht so wirklich. Also habe ich jetzt beschlossen, am 1. Dezember mit Animal Crossing New Horizon anzufangen und nicht wie ursprünglich geplant bis Weihnachten, nein, ich werde sogar den ganzen Dezember bis Silvester durchziehen. Das heißt, euch erwarten 31 wunderschöne Parts Animal Crossing. Ja. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, am 30.11. anzufangen mit der Aufnahme für den ersten Part und dann jeden Tag ein Part aufzunehmen. Und parallel zu Animal Crossing werde ich auf jeden Fall Zelda noch zu Ende spielen. Ich hatte in dem Spiel ja schon eine längere Pause und ich möchte keine zweite, also wird beides parallel laufen. Animal Crossing 19 Uhr und Zelda 12 Uhr mittags. Ich gehe auf jeden Fall schon mal davon aus, dass wir Zelda in den ersten zwei Dezemberwochen durchspielen werden und uns dann komplett auf Animal Crossing konzentrieren werden. So, das war es eigentlich alles bezüglich des Infovideos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt auf jeden Fall gespannt auf Animal Crossing und Super Mario RPG. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, haut rein und ciao! Bis dahin, haut rein und ciao! Das war's für heute.